Hier sind wir am Hotel Hafen in Hamburg, eins der schönsten Hotels am Hafen, mit Blick, ist ideal, wenn ein Schiff einläuft, ist es ideal, weil hier sieht man direkt alles, hier an der alten Landwuchsbrücke geht alles vorbei. Hier haben wir eine schöne Terrasse mit Blick aufs Wasser und die Zimmer vorne mit mehr Blick würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man schön rausschauen kann.